Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher zu einer neuen Folge von Kais Wettbüro hier auf unseren YouTube-Kanälen Top-Wettschein und Sportwetten-Lifestyle. Wir gehen mal wieder rein in ein neues Video und haben ein ganz interessantes Thema, über das wir heute sprechen, nämlich die Cashout-Funktion der Buchmacher. Wird von uns beleuchtet, Sinn oder Unsinn? Diese Frage haben wir uns gestellt und wir werden auf jeden Fall eine Antwort dazu finden in diesem Video. Zudem beschäftigen wir uns mit einem Spiel, was am Wochenende stattfindet. Ja, die Liga pausiert aktuell, aber wir haben am Wochenende zahlreiche EM-Qualifikationsspiele für die EM in Deutschland im nächsten Jahr und wir beleuchten das Spiel am Sonntagabend um 20.45 Uhr Irland gegen die Niederlande und geben euch natürlich auch einen kostenlosen Tipp mit an die Hand. Also viel drin in diesem Video. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr Bock auf dieses Video habt und dann gehen wir rein. Zuallererst geht es aber um die Auswertung der Tipps aus den letzten Videos. Und im letzten Video hatten wir auf den zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga gesetzt, auf das Spiel Kiel gegen Reuter führt. Und ich muss leider sagen, dass dieser Spiel am Ende verloren gegangen ist. Kiel hat dieses Spiel 2 zu 1 gewonnen. Es war ein sehr, sehr schmeichelhafter Sieg. Das muss man wirklich sagen. Fürth war die bessere Mannschaft, ist auch 1-0 in Führung gegangen, hatte aber in der zweiten Hälfte ein Blackout für fünf Minuten, wo Kiel dann das Spiel gedreht hat. Also ein Schein, der unglücklich verloren gegangen ist. Was ich aber euch auch zeigen möchte, was interessant ist, auch sehr lehrreich. Diesen Screenshot habe ich kurz vor Spielbeginn aufgenommen und man sieht hier die Quotenentwicklung. Jetzt quasi nur bei zwei Buchmachern, bei Bad at Home und bei B-Win. Aber als ich diesen Tipp abgegeben habe und auch euch in diesem Videoformat präsentiert habe, da lag die 3-W-Quote verführt noch bei 3. Das heißt, wir haben einen extremen Quotenfall bis zum Spielbeginn gehabt, was tendenziell natürlich erstmal sehr gut ist. Denn wir konnten hier Value abgreifen, teilweise sogar riesiges Value. Und das ist ein Indiz dafür, dass wir insgesamt eine markttechnisch gesehen sehr gute Wette gespielt haben. Dass das natürlich dann einem nicht die Sicherheit gibt, dass dieser Schein auch kommt, sieht man an diesem Beispiel. Ja, Kiel hat am Ende gewonnen. Wie gesagt, sehr glücklich. Aber dennoch ist der Schein verloren gegangen. Aber rein vom wetttechnischen, vom Marktgeschehen haben wir hier halt eine gute Wette gespielt. Aber am Ende natürlich ohne Erfolg. Dann möchte ich noch auswerten den Schein vom vorigen oder vorherigen Video, als wir auf die Weltmeisterin getippt haben bei der Weltmeisterschaft der Frauen. Und dort hatte ich euch ja diese 3 Nationen genannt. Der obere Screenshot, ein Screenshot aus der Premium-Gruppe, wo wir dann auch die Einheiten geschickt verteilt haben, sodass wir auf jeden Fall einen guten Gewinn rausziehen. Das hat geklappt in der Premium-Gruppe. Dort haben wir einen sehr, sehr guten Gewinn rausgezogen. Insgesamt drei Einheiten Gewinn gemacht, weil Spanien Weltmeister geworden ist. Ich habe euch aber dann auch eine Woche später auch noch hier in diesem Videoformat die Quoten von Bet365 präsentiert. Die sieht man darunter. Und auch da konnte man, wenn man taktisch seine Einheiten setzt, noch einen guten Gewinn rausziehen. Und jeder, der das dann mitgegangen ist, wird auch hier seinen Gewinn gemacht haben. Dort gab es immerhin für Spanien noch eine Quote von 4,5. Also dieser Schein hat sehr gut gepasst. Und natürlich führen wir auch eine Statistik darüber, was denn die Tipps aus diesem kostenlosen Videoformat für euch bringen. Und in diesem Kalenderjahr haben wir 14 kostenlose Tipps euch bisher präsentiert. Und sage und schreibe, 12 haben getroffen. Ja, wir haben jetzt eine Trefferquote von 85,7%. Ich glaube, das ist extrem gut. Da muss sich erstmal jemand dann zeigen, der uns das so nachmacht. Vor allen Dingen, weil wir natürlich hier keine 1,3 oder 1,4er Quoten anspielen, sondern unser Quotenniveau liegt hier in diesem Format zwischen 1,8 und 2. Und jeder, der das hier schon länger dabei ist und auch die kostenlosen Tipps so mitgegangen ist, der wird einen guten Batzen dann an Gewinn auch rausgezogen haben. Jetzt kommen wir aber mal zu unserem Hauptthema heute. Die Cashout-Funktion der Buchmacher. Die gibt es natürlich seit etlichen Jahren. Das weiß ich auch. Und es wurde schon viel darüber geschrieben, viel darüber studiert, viel darüber berichtet. Jeder hat sie wahrscheinlich schon mal genutzt. Aber es hat sich in letzter Zeit was getan auf dem deutschen Sportwettenmarkt. Und ja, ich nehme es schon mal vorweg, das ist nicht gerade zugunsten der Sportwette ausgefallen. Aber eins nach dem anderen. Wir schauen uns erstmal an, auf der linken Seite die Buchmacher, die aktuell eine deutsche Lizenz besitzen. Ja, das sind einige. Und alle diese Buchmacher bieten auch die Cashout-Funktion an. Und alle diese Buchmacher bieten die Cashout-Funktion nach deutschem Recht an. Was das heißt, das werde ich euch gleich erzählen. Zum Vergleich, die asiatischen Buchmacher, die bieten zum Beispiel gar keine Cashout-Funktion an oder nur sehr wenige bieten eine Cashout-Funktion an. Und die weltweiten, internationalen oder auch europäischen Buchmacher, die jetzt keine deutsche Lizenz haben, die bieten auch natürlich eine Cashout-Funktion an, aber eben nicht nach deutschem Recht. Und wenn ich jetzt mal weitergehe, ich habe eine Pro- und Kontraliste aufgeführt über die Cashout-Funktion im Allgemeinen. Wir gehen das Ganze mal nacheinander durch. Was ist gut an der Cashout-Funktion? Klar, ich kann mir rein theoretisch Wettgewinne frühzeitig sichern. Das heißt, ich habe eine Wette abgegeben. Für mein Team läuft es gut. Gut, ich verkaufe meine Wette nach 80 Minuten und ziehe auf jeden Fall einen sicheren Gewinn raus. Ich habe da mal ein Fragezeichen hintergestellt. Ich komme da jetzt gleich zu. Was ist noch gut an der Cashout-Funktion? Es ist die sogenannte Wettkorrektur. Die habe ich damals selber häufiger angewendet. Und das ist auch für mich der einzig positive Punkt, den ich gelten lasse, den es bei dieser Cashout-Funktion gibt. Der ist heutzutage aber nicht mehr möglich. Warum? Erzähle ich euch gleich. Also was hat es auf sich mit der Wettkorrektur beim sogenannten Momentumwechsel? Und das kann man vor allen Dingen im Tennis sehen. Also der Tennissport, jeder, der sich damit beschäftigt, auch aus sportweltentechnischer Sicht beschäftigt, weiß, im Tennis ist sehr viel abhängig vom Momentum, was gerade herrscht. Tennis ist ein absoluter Sport, der in der Birne entschieden wird. Und man hat im Tennis halt auch, wenn man sich sehr gut auskennt und wenn man Tennisspiele lesen kann, diesen Punkt im Match, muss natürlich nicht in jedem Match vorkommen, kommt aber sehr häufig vor, wo das Momentum einfach wechselt, ein Spieler, der vorher vielleicht die Oberhand hatte, zusammenbricht. Und wenn ich jetzt also auf diesen Spieler gesetzt habe, der dann aus welchem Grund auch immer, ja häufig kann man es einfach nicht nachvollziehen, es passiert einfach so im Tennis, dann das Spiel aus der Hand gibt, dann habe ich des Öfteren die Cashout-Funktion genutzt, indem ich dann meinen Einsatz rausgezogen habe. Klar, man kriegt dann auch natürlich nicht mehr den vollen Einsatz wieder, aber alles dann auf den anderen Spieler wieder reinvestiert habe. Und so konnte ich entweder den Verlust extrem minimieren oder ich hatte am Ende Plus Minus Null oder ich habe am Ende sogar noch einen Gewinn rausgezogen. Das war für mich taktisches Wetten mithilfe der Cashout-Funktion. Aber leider ist das aktuell nicht mehr möglich. Und jetzt kommen wir mal zur rechten Seite. Der Gewinn bei Cashout ist im Verhältnis nicht annehmbar, ich würde sagen nicht tolerierbar. Und ich habe dafür ein ganz einfaches Beispiel aus der letzten oder vorletzten Woche für euch. Da haben wir nämlich Folgendes gespielt. Auf das La Liga-Spiel Alaves gegen Sevilla haben wir auf die doppelte Chance gesetzt. Das ist jetzt ein Schein vom Buchmacher Winamax. Und wir haben die 1,62 gespielt mit 82,50 Euro. Alaves aufsteiger gegen Sevilla, aber Sevilla aktuell absolut nicht im Tritt. Und wir haben es einfach mal probiert auf den heimstarken Außenseiter zu setzen. Und das Ganze ist sehr, sehr gut aufgegangen. Alaves geführt 4 zu 2 gegen Sevilla, die klinisch tot waren in der 88. Spielminute eigentlich. Jetzt hat uns der Buchmacher vorgeschlagen, zieh doch mal hier den Cashout mit 119,82 raus. Möglicher Gewinn wäre 133,65 Euro, der in diesem Spiel eigentlich zu 100% sicher ist. Das heißt, der Buchmacher will uns bei diesem Spiel, was der Buchmacher eh schon verloren hat gegen uns, einen Gewinn geben, der eigentlich 13 bis 14 Euro unter dem Maximalgewinn liegt. Das ist nicht tolerierbar, das ist nicht annehmbar. Wenn der Buchmacher jetzt sagen würde, komm, ich gebe dir jetzt 132 Euro, da könnte man sich es überlegen. Hätte ich auch nicht getan, aber das wäre vielleicht fair, weil die Chance geht gegen 0, dass Sevilla in diesem Spiel noch 3 Tore schießt. Hier, wenn man das jetzt tun würde, hier den Cashout rausziehen, würde der Buchmacher sich totlachen. Aber so macht der Buchmacher natürlich auf lange Sicht seine Rendite und hat Vorteile im Bereich Cashout. Es gibt zum Beispiel auch Spiele, Alavisch oder Unentschieden. Wenn das Spiel jetzt in der 87 Minute wäre und es würde nur 2-2 stehen, das heißt, Sevilla reicht ein Tor, dann wäre die Wette kaputt. Ja, vielleicht drückt sogar Sevilla noch auf den Sieg. Dann haben wir hier als Sportwetter natürlich Panik. Oh, oh, geht das gut? Jetzt geht der Puls aber hoch. Jetzt sehe ich hier meine 82 Euro Einsatzflöten und jetzt kriege ich als Cashout vielleicht 90 Euro raus. Also das ist das aktuell Realistische bei Cashout. Eigentlich geht das Spiel aber nur noch 8 Minuten inklusive Nachspielzeit. Auch das ist ein Witz, was ihr hier an Cashout bekommt. Die Chance ist absolut real, dass ihr hier den Maximalgewinn rauszieht. Lasst euch davon nicht kaputt machen. Der Buchmacher und die Cashout-Funktion spielen mit eurer Angst. Wenn es dann daneben geht, dann ist das halt so. Lieber, es geht einmal daneben, also ihr macht 20 Mal Cashout, denn am Ende ärgert ihr euch zu Tode. Ja, also zu Tode natürlich nicht, aber ihr werdet euch ärgern. Und der Buchmacher lacht sich ins Fäustchen. Also das meine ich mit, der Gewinn bei Cashout ist im Verhältnis zur Spielzeit, zum Spielverlauf einfach nicht annehmbar. Und jetzt kommt es, seit neuestem ist es nämlich so, und das ist in Deutschland so, dass der Gewinn, wenn ihr die Cashout-Funktion betätigt, wird euch der Gewinn oder eben auch der Resteinsatz nicht mehr direkt gut geschrieben, sodass ihr damit quasi weiterwetten könnt. Und zum Beispiel diesen Momentum-Wechsel, ja, auf der linken Seite stets, ich habe ihn gerade erklärt, ihn mitnehmen können. Sondern der Gewinn oder der Resteinsatz, der wird euch erst gut geschrieben nach Beendigung des ganzen Events. Und das ist meiner Meinung nach ein Skandal und das ist die neue Regelung in Deutschland. Die gibt es seit, ich sag mal, seit circa einem halben Jahr. Und das ist eigentlich, ja, das Todesurteil aus meiner Sicht für die Cashout-Funktion. Trotzdem werden viele Leute die Cashout-Funktion weiterhin nutzen. Der Buchmacher wird mit eurer Angst spielen und er wird sich am Ende kaputt lachen und Rendite natürlich daraus ziehen. Aber dass ihr dieses Guthaben nicht mehr direkt gut geschrieben bekommt, weil der Buchmacher natürlich auch weiß, oh, das ist vielleicht einer, der hat Ahnung, der beobachtet das ganz genau. Der zieht jetzt hier seinen Gewinn, seinen Einsatz daraus und tätigt direkt damit eine andere Wette oder eine konträre Wette dazu und macht daraus dann vielleicht ein Plus-Minus-Null oder generiert daraus noch mehr Gewinn. Ja, und das hat der Buchmacher jetzt auch gesperrt. Das ist auch scheinbar rechtlich okay, aber es ist für den Wetter wirklich, ja, eigentlich nicht tolerierbar. Und deswegen ist das für mich so ein No-Go-Cashout. Und es gibt zu dieser Cashout-Funktion auch tatsächlich Studien und das ist einfach nur nochmal zusammengefasst. Cashout spielt mit der Angst des Sportwetters, mit eurer Angst und langfristig profitiert einfach nur der Buchmacher. Kommen wir zum Fazit, ja, auf lange Sicht, klar, wenn ihr jetzt ein Spieler seid, der sagt, boah, ich zahle einmal im halben Jahr irgendwo bei einem Buchmacher 100 Euro ein, da gönne ich mir das Spiel Dortmund gegen Bayern und setze da meine 100 Euro drauf und nach 70 Minuten sagt der Buchmacher, ich komme, du hast so gut getippt, kannst jetzt deine 50 Euro rausziehen, damit ist der Sportwetter dann zufrieden, zieht sich die 50 Euro raus, lässt sich das Geld auszahlen. Okay, das ist dann, ist die Cashout-Funktion, hat vielleicht sogar seinen Sinn erfüllt. Aber für denjenigen, der Sportwetten als Business sieht und fast täglich wettet und am Ende halt Rendite erzielen möchte, ist die Cashout-Funktion ein Witz. Gerade so, wie sie aktuell jetzt dasteht. Sie bringt nichts und ich kann euch nur sagen, lasst die Finger weg von der Cashout-Funktion. Am Ende, für viel Tipper werdet ihr immer mit Verlust dastehen. Und der Buchmacher wird sich wahrscheinlich in seinem stillen Kämmerlein todlachen. Viel jetzt über unseren Hauptthema gesprochen. Cashout-Funktion, lasst doch ruhig mal Kommentare da, wie ihr das Ganze seht. Kommentiert gerne dieses Video. Kennt ihr eigentlich schon unseren Instagram-Kanal? Mittlerweile haben wir fast 500 Follower. Er wächst stetig. Auf Instagram heißen wir Wettprofi 007. Das ist keine geheime Mission. Das Ganze ist alles öffentlich. Deswegen gerne mal auch auf Instagram uns followen. Da macht da nichts mit verkehrt. Hin und wieder interessanten Content. Und hin und wieder wird auch ein Schein aus der Premium-Gruppe mal präsentiert. So wie zum Beispiel hier auf der linken Seite. Deswegen ist das sicherlich eine ganz gute Sache, das Ganze einfach mal zu verfolgen. Jetzt kommen wir zur Rubrik Kite tippt. Und das werde ich jetzt nicht mehr so lang machen, wie die Cashout-Funktion versprochen. Hierzu, zu diesem Spiel, gebe ich euch einen Tipp mit an die Hand. Irland gegen die Niederlande. Sonntag um 20.45 Uhr. Ich blende euch mal die aktuelle Tabellenkonstellation ein. Die Niederlande ist absolut in der Pflicht, hier was zu machen. Gerade in diesem Spiel. Aber sie spielen auch heute Abend, ich nehme das Video jetzt am Donnerstag auf, noch zu Hause gegen Griechenland. Und auch das Spiel wird schwierig werden. Also die Niederlande kann sich jetzt keine weitere Niederlage mehr erlauben, obwohl man erst zwei Spiele gespielt hat. Das verzerrt so ein bisschen die Tabelle. Aber klar, wir wissen, die Niederlande war vor der WM im Katar absolut im Aufwind. Und hat eine WM gespielt, die jetzt relativ, sagen wir mal, solide war. Aber es war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, muss man ganz ehrlich sagen. Und nach dem Umbruch jetzt mit Coman hat man natürlich jetzt auch eine Phase, wo man so ein bisschen durchhängt. Aber man hat natürlich Qualität im Kader. Also die Niederlande hat auf jeden Fall Qualität im Kader. Aktuell hat man so ein bisschen Probleme im Sturm. Memphis Depay zum Beispiel fällt auch aus für die Länderspiele. Nichtsdestotrotz hat die Niederlande genug Qualität und man ist in diesen Spielen zum Siegen verdammt. Und man ist auch am Sonntag zum Siegen in Irland verdammt. Und Irland ist ein Team, was mir einfach von der Entwicklung her nicht gefällt. Das habe ich, glaube ich, schon in einigen der letzten Länderspielepisoden auch gesagt, dass Irland sich ein bisschen zurückentwickelt. Klar, man hat jetzt in drei Spielen drei Punkte gesammelt. Aber das ist natürlich trotzdem jetzt kein Aushängeschild. Und Irland hat aktuell absolut Probleme, das Spiel zu machen. Vor allen Dingen aber, das werden sie nicht, vor allen Dingen aber sind sie nicht mehr so kompakt, wie sie waren. Also wir kennen Irland noch als sehr, sehr kampfstarke Mannschaft, die gerade auch Punkte zu Hause holt. Das sind sie aber in meinen Augen nicht mehr so. Irland hat nicht mehr so viel Qualität im Kader. Und deswegen, ich mache es einfach kurz. Die Niederlande muss hier gewinnen. Und mit ihrer Qualität sollte sie das auch. Aktuell finden wir beim Buchmacher BAT3000 eine Quote von 1,7 auf den Dreiweg-Sieg Niederlande. Und nach all dem, was ich so gesehen habe, auch von den ihren in den letzten Monaten, finde ich die Quote annehmbar. Auch anspielbar zum Beispiel mit 1,5 Einheiten. Würde man im Gewinnfall auf jeden Fall über eine Einheit Gewinn rausziehen. Und ich denke, das kann man sehr gut machen. Also, das war unser Tipp für das kommende Wochenende. Vielleicht geht ihr wieder mit. Denkt dran, bisher 12 von 14 Tipps getroffen in diesem Jahr in unserem kostenlosen Videoformat hier. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, Ja, ich wünsche euch ein traumhaft schönes, vielleicht sogar letztes Sommerwochenende. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich glaube, in Deutschland ist es überall knackig warm. Und wenn ihr Bock auf noch mehr Tipps habt, ihr wisst, wo ihr sie bekommt. Die Anmelde-Links sind unter diesem Video. Entweder meine Premium-Gruppe oder die Hidden-Tipps, wo wir auf Ereignisse setzen, die weltweit stattfinden, die, glaube ich, niemand sonst nachtippen würde. Würde mich freuen, da das ein oder andere neue Gesicht begrüßen zu dürfen. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, schönes Wochenende. Viel Spaß, falls ihr euch ein paar EM-Spiele reinzieht. Viel Spaß beim Nachtippen. Und wir hören uns dann wieder. Ciao und tschüss, euer Kai.